Herzlich Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Wir haben hier ein paar Tronen Würde ich einfach mal mit dem Kurzschluss ausschalten und in der Hoffnung dass ein Kurzschluss reicht Sieht so aus? Dann schauen wir mal an was hier drin ist Das ist kein feindliches Gebiet interessanterweise Oh Ok sie sind dann frittiert und dann kann ich gar nichts mehr rufen Schade Aber das ist auf jeden Fall noch nicht der MCPD Auftrag Wie es mir scheint Der ist nämlich nebenan Kennen wir jemanden von hinten hinein? Ok Eliminierung Das heißt wir müssen hier nicht unbedingt Nett damit umgehen Dank der Einmut kann ich zwar eben löten nicht mehr Ähm markieren Ist ein bisschen doof Ich weiss Aber Ok dauer unbegrenzt Ja ist gut Aber ich schätze mal dass es gar nicht so wichtig ist Oh shit Oh shit Er meinte wir können den halt erledigen Von hinten Von hinten ohne dass er uns sieht Das ging gut Kamera ist aus Da gehts auf jeden Fall nach unten Irgendwie Uiuiuiui Ich würd gerne versuchen irgendwie leise zuerst zu machen Bis das nicht mehr geht Aber da sind zu viele Bis das nicht mehr geht Aber da sind zu viele Rückverfolgung Ja Versorgung ist Rückverfolgbar Das ist ein bisschen doof Das ist ein bisschen doof ist Ok da ist noch eine Und der sieht uns Wenn wir ihn uns von dieser Seite annähern Aber hier drüben ist auch noch eine Den können wir ihn leise erledigen Oh 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 Es sind halt zwei da. Weißt du was? Kurz das hochladen. Und schau dich den aus. Oh. Hallo? No. Ähm. Die Skandal habe ich nicht mehr. Who's there? Okay. Hat niemand bemerkt. Glück gehabt. Glück gehabt. Und sind jetzt noch die drei. Person Computed. Ich könnte beim einen eigentlich, äh... Also bei anderen Versäuchung machen. Bei dem rechten... Speicherlöschung. Der tut hinten... Optik Neustart. Der tut. 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 naja gut von wo der jetzt kam keine Ahnung ich glaube die Frau kam von unten ok die schau ich gleich an ich habe jedenfalls die wichtigste hier sie lief eigentlich ganz gut in der Mitte dass sie mich nicht bemerken nun sehe ich sonst gerade nichts mehr zwei Nachrichten Forever Young Werbe E-Mail bitte um Entscheidung Oh geil ist der Bef Longmeat Lawrence Brown Hey bisher haben wir Sandra Butler Private Scott Hammer Sergeant First Class Tim Robitle Sergeant First Class Eduardo Barrymore Private First Class Justin Anderson Sergeant First Class weiss nicht ob jemand den Arrest posten wird was stellen wir mit denen an umlegen ist ein bisschen riskant sie haben sie hier zu behalten den Gunner könnte rauskriegen was sie vorhaben bleib cool warten noch 25 Stunden wenn bis dahin keine Kohle kommt schicken wir den Familien ein paar Finger ok spannend ist auch immer interessant was immer Gunner vorkommt der hat hier also bei 6th Street nämlich ähm eine grosse Rolle offensichtlich Longmeat und hast du ihn nicht wirklich das war eine ja nein Frage dann nein er ist abgehauen aber wir sind an ihm dran es stand Morton nahe du musst ihn schnappen ich weiss es ist schon wieder etwas mit Morton dann haben wir auch schon ein paar mal gehört diesen Namen oh Gott thank you thank you so much sind die Leute die sie gefangen gehalten haben kommt geht raus na gerne ey dann haben wir ja sogar mal was gutes getan geht wieder nach Hause zu euren Familien okay fuck it nothing even matters so mies ich will doch gar kein Geld von dir also wir beten für was sind 6 Leute Sandra Butler äh do I make you speechless Hauptsache sie heisst Daniel Butler und da steht hi I'm Tess you stink of junk food ey ich hab dich gerade gerett ich könnte dich gerade nicht umbringen nur damit es klar ist nichts nichts hier kann ich gar nicht sprechen und die anderen sind woher keine Ahnung naja die haben wir gerett nice find ich nice dann wie gesagt die zwei Dinge würde ich hier noch tun dann gehen wir mal zum Gebiet weiter und schauen an was sonst noch so vor sich geht so einfach geht's die Waffe ist nice unsere Quick Hacks sind mittlerweile auch ziemlich gut und stark da können wir uns nicht beschweren gut da gäbe es noch was zum Computer zum Looten aber da scheiße ich mal drauf 424 Meter sorry darf ich mal das Auto ausleihen danke bye bye interessanterweise hat ein TPT Symbol eine andere Farbe vielleicht ist das was offizielleres oder anderes sorry ich muss das machen das war gut es ist es das war Die Waffe fetzt manchmal ziemlich rein, wenn der Elektroschock kommt. Da drüben gibt es noch was, dann hätten wir dieses kleine Lager oder das ist auch immer rausgelöscht. Da drüben gibt es auch noch welche, das lass ich jetzt mal. Sonst kommen wir hier nie an. Er ist gerade ein bisschen lächelig irgendwie, sie sind ziemlich stark. Ich weiss nicht ob das so geplant sein soll, dass sie so stark sind. Aber gut. Liam Martin und David McBride hat Gunner entschieden. Mordens Leute, die in Militechs Knast stecken. Die müssen verschwinden. Keine Gnade für die alte Garde. Wie stellen wir das an? Und was erzählen wir den Jungs? Sie müssen darauf warten, dass der Runner ihn hackt. Der Kabelflick übernimmt das Gefängnissystem. Dann kann er die Zellen öffnen und die Stromversorgung koppen. Und dann zerrten die Jungs einen Aufstand an. Während des Aufstands werden sie Mordens Leute finden. Ich glaube du weisst was dann passiert. Okay, ich kenne eine Wache, die den ganzen Raum reinbringen wird. Wir brauchen nur zwei oder drei Tage, um Bescheid zu sagen. Wer ist der Jum? Ich will wissen wer es ist. James Benben. Wo wohnt er? Hier die Koordinaten. Okay, unsere Jungs sind unterwegs, um ihm den Kram zu geben. Wollte ich auch tun. Ist aber vielleicht zu viel für ihn auf einmal. Schon klar. Die Security. Die wollten also Leute aus dem Gefängnis holen. Wie gibt es? Ich weiss gar nicht ob es hier ein Gefängnis gibt. Wahrscheinlich schon, wenn es hier der Band gibt. Alright, hunderte Meter da noch rum. Gehen wir da doch auch noch kurz vorbei. Wenn ich hier die Kiste gelootet habe. Das Haus hier sieht auch spannend aus. Wir haben ziemlich viele eben violette und orange Gegenstände. Das nice ist, dass es gibt viel Kohle. Wenn ich sie verkaufen werde. Allerdings halt ein bisschen eben schade eigentlich, dass die Kleidung immer noch so angezeigt wird. Obwohl es ja mittlerweile keine Rolle mehr spielt, was für Kleidung man hier anhat. Weil wir keine Stats mehr geben. Einfach sein Arm weggefetzt. Und Bein auf. Ich habe wahrscheinlich nichts spannendes überwacht. Aber das ist mir ziemlich egal eigentlich. Hier ist der MCPD Auftrag. Neutralisierte Bedrohung. Sichere Beweismaterial. Naja, eine Bedrohung gibt es hier nicht. Denn die nette Dame ist schon tot. Befehle. Von Jake. Ich habe das Lager vorbereitet. Jetzt musst du nur noch die Ware abholen. Sie den Kids geben, die Eddies von den Kids abkassieren. Verticke das Zeug nicht selbst. Gehe auf keinen Fall irgendein Risiko ein. Je weniger man von dir sieht und hört, desto besser. Und vergiss nicht, dass du arrangieren musst, wer Schmiede steht. Wer die Ware mit sich trägt und welche Kids die Eddies von den Kunden entgegennehmen. Ist aber leichter, als du vielleicht glaubst. Wir versorgen dich jeden Dienstag mit Nachschub. Wenn irgendwas schief geht, ruf uns an. Das Lager ist in der Garage auf der Monsionata Street. Da findest du alles. Code 1313. Okay. Okay. Wer gibt dich zur Garage? 300 Meter. Ich habe gerade gesehen, wir müssen übrigens Regina Jones was schicken. Okay. Das war das mit dem Cyberpsycho und dem Ixos-Geld auf der Baustelle. Einer der Arbeiter ist zum Psycho geworden und hat angefangen auf der Baustelle alles zu zertrüben. Ein paar seiner Kollegen wollten ihn aufhalten, aber ihre kleinen Plastikknarren kamen nicht durch das Exoskelett durch. Die Schlauen unter ihnen sind dann weggerannt. Die anderen sind jetzt Teil des Mauerwegs, wenn du verstehst. Was ich meine, schau dir die Sache mal an. Der Cyberpsycho war echt nicht aufzuhalten. Du musst ihn umlegen. Ich schick dir die Details. Achso, ich hätte ihn auch retten können. Shit. Schade, dass du ihn nicht retten konntest. Der arme Typ ist komplett ausgerastet, bevor er überhaupt gemerkt hat, was los ist. Allerdings hieß es ja, ich müsste ihn umbringen oder nicht. Naja, meine Güte, das nenne ich mal kreatives Management. Dieser Entwickler hatte wirklich kein Problem damit, eine ganze Reihe an Bedürfnissen für Firmen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Ich bin mir sicher, seine langjährigen Verbindungen mit Waffenhändlern, dem NCPD und anderen zwei zwielichtigen gestarrten Häfen dabei sehr. Und wenn die gefragten Bedürfnisse wirklich nicht vorhanden sind, dann gibt es immer noch die herkömmlichen Lösungsansätze. Wie Erpressung und hier und da ein paar gebrochene Beine. Der Schluss zum Erfolg ist immer Flexibilität. Vor allem, was die Moral angeht. Offenbar können nicht mal pneumatische Arme die Stimmung an einem unerträglichen Arbeitsplatz hernehmen. Schöner Satz von wie? 1.800. Okay, wait, 300 Meter. So, dann abgeschlossen. South Psych Attack 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 Dock zum Dumpingpreis. Okay, und das was wir jetzt hinterher, ähm, wo wir jetzt hinterher sind, geht offensichtlich irgendwie um ein paar Wohngeschäfte. Wir haben Kinder dazu angeheuert. Drogen hier in der Gegend dazu verkaufen. Also ich glaube wohin eigentlich? Besser gesagt. Allerdings war es ein bisschen unversichtlich. Pete, confirmed criminal activity in Santo Domingo. 521 reporting. Sorry, Dispatch. Had to take a leak. I'm on route. Messerboot. Insider getraben. Hier waren wir auch schon mal. Nass die Garage. Oh. You want a piece of this? Die Garage war allerdings schon offen, komisch. Und da sind die Drogen. Und noch andere Drogen. Natürlich. Spike Goldblum. Okay, es stimmt zu 100%. Der Typ ist ein verfickter Wraith. Und er verhökert das Zeug von Moskito in unserem Gebiet. Die Bosse meinen, wir können ihn ausschalten. So, macht euch an die Arbeit. Baut keine Scheiße. Schaltet ihn schnell aus. Sauber und leise. Naja. Ein Vorteil für Splitter. Welchens Meldung will kommen in NC? Wir müssen mal die Splitter eben ein bisschen anschauen und tauschen vielleicht. Und eigentlich sind wir ja hier gerade richtig. Hier oben ist ein Rippledong. Allerdings würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted MyCity the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line, 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 and more people living below the poverty line. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai We have a city to burn